Hallo ihr Poke-Suchtis, ich bin Kari und ich bin Kevin und zusammen sind wir Poke-Wari, heute mit der Gala-Kollektion am Start. Ich mit Hopplo und was hast du? Ich hab Memion. Memion, passt zu dir. Kleine Memme. Und nicht lange schlackern, wir fangen direkt an mit Auspacken. Aufmachen? Weiter. Riesen-Ding. So, ausgepackt, die drei jeweils in der Box-Promokarten von Chimpat mit Memion und Hopplo. Der einzige Unterschied ist hier das Artwork von den beiden Hopplos. Und von dem Memion. Tatsache. Und von dem Memion. Ja, die zwei Pins, einmal Hopplo, einmal Memion, verstauben wie eh wahrscheinlich nur. Und jeweils vier Booster, zweimal Sonne im Mond, zweimal Sonne im Mond, welten im Wandel und zweimal buntes Gleichgesicht. Ja, weg mit den Promokarten. Das Gleichgewicht. Gleichgesinnten. Mach doch mal die Ohren auf. So, und dann? Und dazu natürlich noch die Giga-Promokarte von Summer Center. Oder wie? Süda. Giga. Okay. Jetzt kommst du zum spannenden Teil. Fang ich mal an. Ach, ist das so? Womit fängst du denn an? Natürlich. Na, mit Sonne im Mond. Das ist ein Base-Up. Okay. Da geh ich mit. So, schauen wir mal, was wir da so schönes haben heute. Unlicht-Energie. Granbull. Doppel-Farblos-Energie fürs Spiel. Sehr geil. Guffer. Krabux. Giga-Stella. Alola-Dicta. Arakwa. Alola-Mauzi. Ja. Maske-Regen-Reverse. Und? Guck, da war verführerisch. Tutu, so wie immer. Nix. Man kennt das. Ich kenn's gewohnt. Ach. Was soll man dazu noch sagen? Ne, da kann man nix zu sagen. Cool. Also irgendwann lege ich mir tatsächlich mal ne Schere hier hin. Das ist so. Das ist ja unfassbar. Ich verstehe auch nicht, wie du die immer versuchst aufzusetzen. So geht das. Habt ihr gesehen? So macht man Booster auf. Na, drei Stunden. Das ist die Vorarbeit. Let's hold the line. Ja. Okay, geht los. Pandir. Elima. Quartamark. Pepeg. Ganoville. Snowball. Evitaq. Mabula. Akub in Reverse. Und? Auch nix. Nischt. Ja. Das fängt ja schon mal richtig gut hier an. Ja, machen wir weiter mit Welten im Wandel. Welten der Schande. Welten der Schande? Welten der Schande. Warum? Warum nicht? Wupp, wupp, wupp. Kartenträg. Ihr kennt das. Braucht man nicht zu erwähnen. Wieder die Unlichtenergie. Oh, ein Tag Team. Cynthia und Katalea. Ne, Katalea. 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 Tangulos. Inton. Mit Kopfschmerzen. Nackleon. Mirabla. Geronimatz. Oh, ein Plinfa. Oh, ein Plinfa. Oh, ich sehe was glitzern. Ich sehe was glitzern an der Seite. Könnte eine Full Art sein. Könnte auch eine Reverse sein. Ein End-Hey-Reverse. Ne, es glitzert immer noch dahinter. Ich hoffe, es ist... Ja, es ist eine GX. Es ist ein GX-Tag-Team. Boah, Solga, Leo und Lunala. Sehr geil. Ob die spielbar ist oder was, keine Ahnung. Aber sie sieht schon echt... Das sieht gut aus, ne? In der Karte, ja. Was hattest du eben aufgemacht? Welten im Wandel. Achso. Welten der Schande. Welten der Schande. Okay. Oh. Das schmeckt richtig. Mhm. Drei, vier. Wasch. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das gut findet, wenn die Hits im Video parallel irgendwo in Ecke liegen, dass man sie noch sehen kann oder nicht. Wasch. Mediras. Rotom. Typ 0. Lampi. Cosmog. Pam Pam. Pam Pam. Pam Pam. Rotomorph. Tangela. La Bibi. La Bibi. Habibi. 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 Und... Nix. Schmemekma. Okay. Ja. Machen wir weiter. Wie gesagt, Welten im Wandel. Hat jeder zwei Packs. Das werden wir ausnützen. Ja. Sonne und Mond hatten wir ja bisher noch gar nicht viel geöffnet. Ist tatsächlich mal schön. Immer nur durch die Tins. Ja. Ist tatsächlich mal schön, auch mal wieder andere Karten zu sehen. Außer Farbenschock. Geronischmatz. Schmatz nicht. Mirapla. Rasla. Skunkapu. Was? Das ist doch nicht Skunkapu. Sankapu. Sankapu. Aroberotos und Makaku. Also bisher... Ich hab einen Hit. Der reicht. Bist du reich. Pokémon Rich Cat. Mit der Karte. Die Tag Team Karten sind ja jetzt so unglaublich auch nicht viel wert. Wer schweigt, wer schweigt. Haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Sengu. Duflor. Duflor. Es sieht glücklich aus. Sion. Trassla. Skunkapu. Skunkapu. Das ist in der Mitte. Seemob. Waumboy. Bautz. Duflor. In Reverse. Und mal wieder nix. Das ist ja überhaupt nix hier. Mach mal. Ja. Weiter geht's mit der Psychoenergie. Kappels. Kualilu. Meruda. Finion. Flunschlik. Tomalat. Ja, aber da ist ein Labbados im Hintergrund. Seht ihr das? Das Labbados. Tampignon. Und gar nix. Das war mein buntes Gleichgesinnten. Ich mach weiter mit buntes Gleichgesinnten. Geschwinken. Und ich hätte gern nen Hit. Einen. Einen. Einen kleinen. War es nicht so pralle? Ne, überhaupt nicht. Aber ich hab bisher gar nix. So. Geht los. Misty's Gunst. Ohohoho. Noctu. Navitaub. Ramonkitz. Magnetilo. Daterionix. 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 Und gar nix. Oh mein noo. Somit war das tatsächlich nur ein Hit. Gar nix. Ein Hit. Mehr nicht. Für dich. Scheiße. Scheiße. Hätte mit mehr gerechnet tatsächlich. Daterionix. Daterionix. Ja. Ah. Scheiße. Man kann ja nicht immer was gutes ziehen. Dem ist das so. Ja. Dementsprechend. Abonnieren. Liken. Ihr kennt den Schmuh. 50 Abo Special. Kommentar. Da lassen. Instagram. Peace out. Bis dann. Ciao.